Hi Freunde, willkommen zurück beim ArcDevKit Tutorial. Ich habe euch hier so eine Datei erstellt, die ihr runterladen könnt. Einfach hier bei github.com-killerzwerg-adk Und ja, ich setze den Link am besten denke ich mal auch hier in die Beschreibung unten rein. Dort geht ihr auf Clone or Download, dann Download Zip. Dann wirst die Datei runterladen. Und bei mir inzwischen schon das dritte Mal, weil Aufnahme habe ich irgendwie vergessen, das Ding da zu ändern. Warte, das ist eine ganze Zeit schwarzes Bild. Das öffnen wir einfach mal. Dann gehen wir in das ADK Master rein. Dort haben wir diese Mapstart.rar, die öffnen wir auch. Dann haben wir dieses Tutorial. Dort werden wir jetzt einfach in unser DevKit-Dings da reingehen. Wo habe ich das denn drin? Games, Steam, Steam Apps, Command, ArcDevKit hier. Bei euch wird es irgendwo anders drin sein. Ich habe irgendwann mal dieses ArcDevKit über Steam installiert gehabt. Und deshalb ist es halt hier drin. Und als ich das dann in einen anderen Ordner installiert hatte und alles rüberkopiert habe, war alles für den Arsch. Deshalb habe ich es jetzt hier drin. Aber ist ja nicht schlimm. Hier geht ihr in dieses Projects rein. Shooter Game, Content, Mods. Und in diesen Mods-Ordner kommt euer Tutorial rein. Dann starten wir dieses ActiveKit. Ich schließe so lange mal diese Ordner hier. Die brauche ich ja nicht mehr. Und sobald das dann irgendwann mal gestartet ist, kann es hier auch weitergehen. Was nicht allzu lang dauert. Dann hätten wir hier in unserem Mods-Ordner Tutorial. Hier drin könnt ihr auch den Ordner-Namen ändern, falls ihr schon mehrere Assets da drin habt. Weil wenn ihr es einfach in eurem Ordner ändert, dann könnte es sein, dass da ein bisschen was für ein Arsch ist und ihr alles neu verlinken müsst. Wie das geht, werde ich später zeigen. Jetzt öffne ich erstmal dieses Tutorial. Und da haben wir dann auch diese Map. Die ist komplett leer. Nur das Nötigste drin. Hier Ozean. Da dieses Wasserphysik-Wasserware-Postprozess hier in diesem Ordner. Ich habe das alles in diesen Main-Ordner rein gemacht, damit man hier alles, was man auf jeden Fall drin haben sollte, auch drin hat. Einfach am besten nichts davon löschen, sonst könnte irgendwas scheiße werden. Und ja, ihr seht jetzt hier diese Löcher. Die sind einfach für die offiziellen Höhlen. Das interessiert uns auch nicht. Wir wollen ja zur Zeit noch keine Höhlen. Also vergrößere ich das mal. Dann sind auch die Wellen größer, was mir persönlich besser gefällt. Dann schiebe ich das Ganze mal darüber ein bisschen. Und darüber. So ungefähr. Wenn man es jetzt nicht markiert hat, zieht man die Löcher nicht mehr. Und dann könnt ihr hier diesen Himmel noch anklicken. Dieser Himmel. Wenn ihr im Spielen so einen Himmelbuck habt, dass das so ein eckiges Feld ist. Je nachdem, wie ihr euch dreht, wird es größer oder kleiner. Dann macht ihr einfach hier den Himmel ein bisschen größer. Und dann sollte der Bug auch weg sein. Was hätten wir denn noch Wichtiges? Das Snowbeam-Volume. In diesem Volume, wenn es normalerweise regnet, schneidet es da drin. Und wenn ihr da näher rangeht, ihr seht jetzt da oben, die Wolke ist rötlich. Wenn wir da reingehen, dann wird sie so ein bisschen trüb. Aber das ist auch so gewollt, weil euer Schnee da drin, wenn ihr draußen seid, blendet der Schnee. Wenn ihr drinnen seid, dann wird er nicht mehr so blenden. Dann ist es einfach nur noch ein bisschen graulicher. Und ja, man kann besser rumlaufen, ohne dass man die ganze Zeit geblendet ist. Wenn ihr dieses Snowbeam-Volume kopieren wollt, dann müsst ihr auch hier Open Level Blueprint machen. Ich kopiere das mal kurz. Dann verschiebe ich das raus. Ein bisschen weiter noch. Es sollen ja zwei eigene sein. Dann haben wir hier unten, also da ist ganz oben, da ist ein bisschen was. Hier ist das meiste. Und hier unten in der Ecke ist das eine verlinkt. Da wollen wir das andere jetzt auch drin haben. Einfach rechtsklicken. Und Po. Endert. Das da unten drunter schieben. Hier und Po. Left. Da hin schieben und dann die beiden verlinkten. Dann schneidet es nämlich in dem unteren, in dem zweiten Biom auch. Hier das noch Copile drücken. Und wenn man es nicht verlinkt hat, dann schneidet es hier nicht, sondern regnet. Wenn es jetzt regnet. Okay. Was gibt es denn noch Wichtiges? Bei Abba, hier diese Dirt Plane. Da haben, das Ding sieht so aus. Ist einfach nur so Sand. Das könnt ihr nicht bearbeiten. Also nicht sculpten. Mit dem Ding. Das einfach da unten lassen. Ist auf minus 46.000. Und das sagt, so tief solltet ihr ungefähr euer Remap machen, damit die Mosasaurier, Blesiosaurier und so spawnen können, falls ihr nicht eure eigenen Dinos reinmacht. Und dann hätten wir da noch ein Starting Camera. Das ist jetzt hier. Das sagt einfach nur, wenn ihr einen neuen Charakter erstellt, seht ihr im Hintergrund so ein Bildchen, so ein Kartenausschnitt. Und genau das ist diese Starting Camera. Die könnt ihr so verschieben, wie ihr es wollt. Unterwasser, Überwasser, im Dschungel, eben im Wald. Oder da könnt ihr auch einfach hochsetzen. Ein bisschen höher vielleicht noch. Und dann so verschieben, dass ihr nach unten guckt. 90 Grad ungefähr. Dann habt ihr eine Sicht von oben auf eure Insel runter. Oder eben wieder hoch. Oder ein bisschen steil. Oder so wie ihr das halt haben möchtet. Okay. Dann hätten wir unter Lighting das Global Post Prozess Volume. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich will eine Map machen, die in der Hölle spielt. Dann klickt ihr hier auf das Tint. Und macht ihr hier so ungefähr. Oder auch noch mehr. Je nachdem, wie ihr es haben wollt. Cancel mache ich jetzt mal, weil ich will keine Hölle bauen. Und dann gibt es noch Direction Light. Dazu kommen wir später. Skylight, das einfach lassen am besten. Day Better, dort ist hier dieser Himmel drin. Dazu komme ich auch noch später, was man hier noch so alles machen kann. Billboards, hatte ich glaube schon erklärt. Ich glaube ja, falls nicht, egal. Einfach hier den Namen von dem Gebiet ändern. Was mache ich dir jetzt? Egal. Na ja, ist so vor allem ein Land. Oder A1. So wie ihr es halt haben wollt. Hier ist A1, A2, A3. Insel 1, Insel 2, Insel 3. Oder was auch immer. So dass ihr halt schnell das Gebiet findet. So, ich glaube, das war's jetzt. Hiermit könnt ihr anfangen. Ihr wisst ja, hier on Landscape. Wie im ersten Tutorial halt gezeigt. Und ja. Dann sage ich mal Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal.